Shalom, Shalom. Du bist wirklich treu im Zuhören, wenn du immer noch dabei bist. Und ich vertraue, dass du gesegnet wirst ohne Ende und in eine neue Dimension des kindlichen Glaubens und Vertrauens in deinen himmlischen Vater kommst. Amen. Wir sind jetzt fast am Ende dieses Büchleins. Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott liebt es zu segnen. Du kannst es beim SCM Verlag um 9,99 Euro kaufen. Also 10 Euro sagen wir. Das nächste Thema ist am Glauben festhalten. Nun fragst du dich vielleicht, wie du mehr Glauben bekommen kannst. Du wünschst dir ein so unerschütterliches Vertrauen auf Gott, wie der junge Mann in dem Schubkarren. Aber du merkst, wie du immer wieder Zweifel bekommst. Die Bibel hat da einen guten Tipp. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Römer 10, 17. Mein Rat daher ist, wenn du zu wenig Glauben hast, fang an, dir die Bibel laut vorzulesen. Fang an mit den Sprüchen, mit den Psalmen, mit dem Neuen Testament. Aber lies es laut vor. Du sprichst auf diese Weise die Wahrheiten Gottes über dich und deinem Leben aus. Und weil das Wort Kraft hat und du ein Schaf Gottes bist. Ihr lieben Schafe sind dumm, sie können nur sieben Meter sehen, aber sie hören gut. Und weil du so ein Schaf bist, das gut hört, werden diese Wahrheiten in deinem Leben ein Fundament haben. Jedes Mal, wenn du merkst, dass dich etwas in deinem Herzen bewegt, du eine gewisse Resonanz spürst, darfst du wissen, das ist das Wort, das Gott heute für dich hat. So erlebe ich es. Dann wird nämlich ein Logos zu einem Rema. Ein geschriebenes Wort wird zu einem lebendigen Wort. Und es ist wirklich wichtig, dass wir im Glauben festhalten. Das betont der Verfasser des Hebräerbriefes im Hebräer 6, 12 bis 13. Wir wünschen uns deshalb sehr, dass ihr bis zum Ende diesen einfach behaltet, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt, die Gott euch gab. Dann werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig werden, sondern zum Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die Zusage Gottes empfangen. Ich mag den Hebräerbrief sehr gerne, vor allem das 11. Kapitel, wo uns die, wie ich sie nenne, Galerie der Helden Gottes vorgestellt wird. Es sind alles Menschen, die durch ihren Glauben Gott verherrlicht haben, die sich nicht von Misstrauen, Angst, Bitterkeit, Unglauben bestimmen ließen, sondern Gott vertraut haben, dass das, was er sagt, Realität ist. Dabei waren sie nicht perfekt. Auch sie machten immer wieder Fehler. Aber sie verließen sich eben ganz auf den Herrn. Lies dir einmal diese Heldengalerie durch. Du kannst auch anfangen, die dazugehörigen Geschichten im Alten Testament zu studieren, um dich inspirieren zu lassen. Ich habe mit Gott einen Bund geschlossen. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, ich lese die Bibel und ich werde alles glauben, was du sagst. In der Bibel steht, dass Jona nicht nach Nineveh gehen wollte. Deshalb wurde er von einem Wal verschluckt, der natürlich im Auftrag Gottes handelte. Auch wenn diese Geschichte schon ein wenig verrückt ist, meinte ich zum Herrn, selbst wenn da stehen würde, dass Jona den Wal verschluckt hat, würde ich es glauben. Der Rest ist ein Problem. Ich werde dich nicht in Frage stellen. Ich nehme dich beim Wort. Und das hat unwahrscheinliche Auswirkungen. Nämlich der Glaube ist nicht immer der Logik entsprechend. Macht oft keinen Sinn. Aber wenn du glaubst, dann wirst du sehen, wie Gott dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führt. Ich glaube nämlich, dass Gott alles, was er mir zu tun gibt, auch vollendet. Manchmal geht es um Millionenbeträge. In solchen Situationen bete ich immer, Papa, für mich ist alles unmöglich in meiner Kraft. Aber für dich ist nichts unmöglich. Du verfügst über allen Reichtum in dieser Welt. Dabei braucht es oftmals Geduld, denn Gottes Zeitplan sieht anders aus als unserer. Wir möchten immer alles so schnell wie möglich bekommen. Doch beim Herrn dauert es manchmal etwas länger. Dann müssen wir ausharren. Und das bedeutet Glauben, Glauben, Glauben. Noah baute 100 Jahre an einer Arche, ohne Regen zu sehen. Und zwar baute er ein Schiff hoch auf einem Berg, wo weit und breit kein Wasser war. Und dennoch glaubte er und wurde gerettet. In Römer 4,14 steht, wer behauptet, diese Zusage Gott gehe, gelte nur denen, die das Gesetz befolgen, der erklärt den Glauben für nutzlos. Und die Zusage verliert ihre Gültigkeit. Ich stelle mir vor, wie Abraham jahrzehntelang auf den verheißenden Sohn wartete und nichts geschah. Und ich denke an Sarah. Wir Frauen müssen aufpassen, den Männern nicht den falschen Rat zu geben. Denn Sarah sagte, vielleicht will Gott, dass wir ihm helfen. In dieser Tradition war es möglich, dass der Mann mit der Dienerin seiner Frau schlief, das Kind, das sie bekam, wurde, als das Kind ihrer Herren betrachtet. Und weil Sarah selbst nicht schwanger wurde und auch menschliche Emmermessen schon viel zu alt war, um ein Kind zu bekommen, nahm sie das in Anspruch. Sie schlug es ihrem Mann vor und er folgte ihrem Rat. So entstand Ismael, den Abraham auch geliebt hat. 1. Mose 16 Doch Gott braucht unsere Mithilfe nicht. Dieser Sohn wurde zu einem großen Problem und ist es bis heute. Denn er war nicht der Sohn der Verheißung, sondern der Sohn des Fleisches. Darum musste Abraham ihn wegschicken, was ihm nicht leicht fiel. Es war für ihn eine ganz schwere Erfahrung. Doch Gott verhieß auch, dass dieser Sohn gesegnet sein würde. Und dazu steht er bis heute. Ismael ist der Urvater der Araber. Sarah war schon 90 Jahre alt und Abraham 99, als Gott ihnen einen Sohn versprach. Den Sohn der Verheißung. Sarah lachte sogar darüber und wurde deshalb gerügt. Doch man kann es verstehen, oder nicht? Da war nämlich kein Funken Glaube mehr in ihr, dass sie noch ein Kind bekommen könnte. Aber es kam genau ein Jahr später. 1. Mose 18 Als Isa kein Teenager war, kam Gott und prüfte Abraham noch einmal, indem er sagte, er solle dieses Kind opfern. Und Abraham war dazu bereit, er war bereit, dieses Kind aufzugeben, an das alle Verheißungen gebunden waren. Als sie auf einen Berg stiegen, von dem man vermutet, dass er der Berg ist, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, trug sogar Isaac selbst das Holz, auf dem er verbrannt werden sollte. Doch er hatte zu seinem Vater eine Beziehung des vollen Vertrauens. Er hätte rebellieren können, aber er tat es nicht. Und er fragte, wo das Opferlamm sei, meinte der Vater, Gott wird dafür sorgen. Er war wirklich bereit, dieses Kind zu opfern. Und genau darauf kam es Gott an. Davon lesen wir im 1. Mose 22. Isaac war an das Holz gebunden und Abraham zückte das Messer. Spätestens da wusste Isaac nun, um was es ging. Doch er war dem Vater weiter gehorsam. Und im letzten Moment, als Abraham schon das Messer gezückt hatte und zustechen wollte, sagte Gott, nein, stopp! Ich habe deinen Glauben und deinen Gehorsam gesehen. Denn Abraham hatte geglaubt, dass Gott den Jungen wieder zum Leben erwecken würde. wenn er ihn tötete. An ihn waren ja alle Verheißungen gebunden. Ich will hier nichts Falsches versprechen. Glauben ist nicht immer leicht. Die Nachfolge Jesu wird dich alles kosten. Gott möchte, dass deine Liebe zu ihm keine Konkurrenz hat. Aber er wird alles zum Besten wenden, wenn du ihm gehorscht, so wie bei Abraham. Nachdem Gott Abraham aufgehalten hatte, sorgte er selbst für das Opferlamm. Ein Schaf, das im Dickicht gefangen war. Und dieses wurde stattdessen geschlachtet. Das ist für mich eine so unwahrscheinliche Freude. Ich wäre auch bereit, für Afrika zu sterben, damit dieser Kontinent endlich zu dem durchbricht, was Gott für ihn bestimmt hat. Allerdings meinte Gott zu mir, Maria, ich bin schon gestorben. Afrika muss mich nur erkennen, mich annehmen, mir glauben, mir vertrauen und die Quelle des Lebens, die Quelle des Schutzes, die Quelle des Reichtums nicht mehr woanders suchen. Afrika ist der Kontinent, den ich den Afrikanern gegeben habe. Wenn sie auf mich, Gott schauen, und wenn sie besonders gesegnet werden wollen auf Israel, dann werde ich sie hineinführen in die Berufung, die ich schon jahrzehntelang für sie vorbereitet habe. Denn bisher waren sie die Letzten auf der Welt, aber die Letzten werden die Ersten sein. Wir sind zwar Gottes Werkzeuge, aber Gott hat schon alles vollbracht. Er hat das vollkommene Opfer gegeben, wir müssen nichts dazu tun. Wo versuchst du noch etwas zu tun, obwohl Gott schon alles getan hat? Wo mühst du dich noch ab, obwohl du nur loslassen müsstest? Vertraue doch dem Herrn. Gott kann wirklich Unglaubliches tun und er will es mit uns an der Seite tun. In Markus 11, 22 bis 24 heißt es, da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Werk sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Kannst du dir vorstellen, dass Gott mit dir zusammen Großes bewirken will? Verbringe regelmäßig Zeit mit ihm. Studiere sein Wort. Lerne sein Herz kennen. Lass dir seine Lasten auflegen. Und dann sei mutig und gehe im Glauben. Amen. Und dann haben wir jetzt noch ein kurzes, letztes Kapitel, aber dann machen wir ein eigenes YouTube. Shalom, Shalom. Setz dein ganzes Vertrauen in den Gott, der nicht lügen kann und der dich liebt wie seinen Sohn Jesus Christus. Shalom, Shalom. 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 Untertitelung des ZDF, 2020